Die Lügen über ein angebliches Geheimtreffen in Potsdam, die das linksextreme Medienportal Korrektiv erfunden und verbreitet hat, sind entlarvt. Es gab dort nie eine Diskussion über Deportationen und Vertreibung. Bleiben Sie dran, dann erfahren Sie den ganzen Skandal und warum Korrektiv trotzdem weiter lügt. Wir erinnern uns, am 10. Januar veröffentlichte das Sorosch-finanzierte Medienportal Korrektiv den angeblichen Geheimplan von CDU- und AfD-Politikern zusammen mit Konservativen und einem angeblich Rechtsextremen. Dann wurden schwere, frei erfundene Vorwürfe erhoben über Deportation und Vertreibung, man plane, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland abzuschieben. So, und wir erinnern noch mal kurz dran mit diesem Einspieler. In einem Landhotel in der Nähe von Potsdam hat das Treffen im November stattgefunden. Über 20 Personen sind zusammengekommen, darunter mehrere AfD-Mitglieder, eine davon Bundestagsabgeordnete. Auch zwei Frauen sind anwesend, von denen nicht ganz klar ist, ob sie noch Mitglieder der CDU sind. Geredet wird an diesem Abend über einen Vertreibungsplan, berichtet das Recherchenetzwerk Korrektiv. Nicht-Deutsche sollten ausgewiesen werden. Raus sollten auch Leute mit deutschem Pass und Migrationshintergrund. Und Deutsche, die sich für Flüchtlinge engagieren. Der Rechtsprofessor Ulrich Vosgerau, der die AfD schon einmal juristisch vertreten hat, war bei dem Treffen dabei. Es ging nicht um illegale Dinge, es ging schon gar nicht um die Austreibung von deutschen Staatsbürgern aus dem Staatsgebiet, was nicht erlaubt wäre, sondern nachdenken darüber, was gäbe es eigentlich für legale Möglichkeiten, die Zahl von Asylbewerbern tendenziell eher herabzusetzen als zu steigern. Doch es ging darum, deutsche Staatsbürger auszutreiben, sagt das Recherchenetzwerk Korrektiv. Da ging es nicht nur darum, Asylbewerber rückzuführen. Da ging es nicht nur darum, darüber nachzudenken, wie man Ausländer ohne klaren Aufenthaltsstatus, wie man mit denen umgeht, sondern es ging auch darum, wie man mit Deutschen umgeht, die einem vielleicht nicht passen. Bei mir im Studio unser beliebter Gastkommentator André Pockenburg. Hallo. Hallo, André. Ich würde jetzt gerne noch mal einfach nur zwei Ausschnitte zeigen von zwei hohen Politikern. Einmal Lars Klingbeil, der Co-Bundesvorsitzende der SPD und dann noch der Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU Nordrhein-Westfalen, die das wie fast alle aus der Ampel aufgegriffen haben. Frau Weidel, Sie versuchen, die Deportationspläne Ihrer Partei herunterzuspielen. Abgeordnete Ihrer Partei melden sich in diesen Stunden feixend im Internet zu Wort und unterstreichen ganz offen das Ziel, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Und dann stellen Sie, Frau Weidel, sich hier in Berlin weinerlich vor die Presse und sprechen von einer medialen Schmutzkampagne. So, weiter geht's mit Hendrik Wüst. Es wird nicht besser wahrscheinlich. Also Korrektiv musste ja die Lügen nun von der Webseite nehmen. Die Politiker, selbst die Höchsten in unserem Land, einfach ungeprüft übernommen haben. Wir hören weiter rein. Auch wenn die Feinde der Demokratie demokratisch gewählt sind, sind noch lange keine Demokraten. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gibt Kräfte, die an diesem Fundament der Bundesrepublik Deutschland rütteln. Kräfte, die Menschen aus unserem Land deportieren wollen, die unser Land zurückführen wollen in das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Kräfte, die heute leider in den meisten Parlamenten sitzen, auch in unserem Landtag. Auch wenn die Feinde der Demokratie demokratisch gewählt sind, sind noch lange keine Demokraten. Wenn führende Köpfe einer Partei rechtsextrem sind, wenn sie Nazis sind, dann darf man sie auch als solche bezeichnen. Da sind Nazis am Werk. Es ist immer das gleiche Muster, Extremisten reklamieren für sich, für die schweigende Mehrheit zu sprechen. Und in diesen Tagen wird das in beeindruckender Weise widerlegt. Ja, da diffamiert er auch seine eigenen Amtskollegen, weil bei diesem harmlosen privaten Treffen waren ja mehr CDU-Politiker anwesend als AfDler. Als AfDler, ja. Also ganz furchtbar. Geif hat auch diese Lüge nach, dass Deutsche mit Migrationshintergrund deportiert werden sollen und dass die AfDler alle Nazis sind. Richtig. Also es ist ja wirklich furchtbar. André, es ist zwingend, diese Lügen aufzuklären. Ganz genau. Und es ist schon wirklich furchtbar, dass das wirklich so, ohne nachzuprüfen, mit dem Sprung in den Bundestag geschafft wird, dort wirklich willig aufgegriffen, weiterverbreitet, nochmal dramatisiert wird. Die Nazi-Käule wird rausgeholt. Und ich glaube, nach dem, was wir aber heute wissen und jetzt auch gleich noch besprechen werden, soll man den Begriff Recherchenetzwerk bei Korrektiv wirklich sein lassen. Also Korrektiv ist ein Lügennetzwerk und das werden wir, glaube ich, jetzt auch mal klarstellen. Ja, weil es hat viele, vor allem auch Menschen mit Migrationshintergrund, stark verunsichert. Und wir zeigen jetzt erstmal kurz einen Ausschnitt aus der ARD-Sendung mit Herrn Schönbohm, was den Vertrauensverlust angeht. Das Interessante ist ja, dass diese Demonstrationen zu einem guten Teil von Institutionen veranstaltet werden, die einen massiven Vertrauensverlust erlitten haben. Kirchen rufen auf, Gewerkschaften, Parteien, nicht die AfD natürlich. Ja, und dazu gibt es auch eine Zuschauerfrage. Nachdem diese riesigen Demos von den Kirchengewerkschaften, vielen Vereinen und so weiter initiiert und inszeniert und finanziert wurden gegen rechts, hat dann sich hier ein Zuschauer gemeldet. Axel Mayer, Herr Mayer, bitte. Ja, guten Tag. Diese Regierung macht eine Politik gegen das Volk. Das Volk lehnt die Regierung ab, möchte Neuwahlen und die Regierung ist nicht bereit, ihre Politik zu ändern. Und nun müssen die Meinungsmacher dieses rot-grün-versifften Systems hin. Darf ich Sie, Herr Mayer, Entschuldigung, lassen Sie uns bei einer anständigen Sprache bleiben, bitte. Also nur das Volk, die Befragten in der Tat sind extrem unzufrieden mit der Bundesregierung, aber möchte einfach vermeiden, dass wir so ein bisschen abrutschen von der Sprache her. Bitte, Sie haben das Wort, Herr Mayer. Nun, wie stehen Sie denn dazu? Ich bin der Meinung, dass hier die bezahlten Medien, die von der Regierung bezahlt werden, entweder durch Zwangsabgaben für das Öffentlich-Rechtliche oder durch diese zweifelhafte Institution, die das sogenannte Geheimtreffen aufgedeckt hat, dass die nun die Meinung in der Bevölkerung ändern wollen. Ja, klare Frage, Herr Mayer, danke. Klare Frage. Wer möchte dazu was sagen? Ich sage gerne was dazu. Also, wir werden, es gibt keine Systemmedien, das ist ein gern gebrachter Vorwurf, das ist aber Unsinn. Ich muss noch ganz kurz sagen, Herr Mayer, falls Sie noch zuhören, Korrektiv ist nicht von der Regierung bezahlt, unsere Recherchen sind nicht von der Regierung bezahlt, sondern von Stiftungen und Dauerspendern. Und ich weiß, dass die AfD die ganze Zeit versucht, von ihrem Thema wegzulenken und zu sagen, wir machen jetzt mal Korrektiv zum Thema, das ist falsch und ich hoffe, das kommt bei Ihnen an. Das muss man auch klagen. Es gäbe keine Systemmedien, also da geht ja der ganze Witz schon los und die Dame von Korrektiv meint eben auch, Korrektiv würde nicht von der Regierung bezahlt. Da muss ich ihr Recht geben, die Regierung hat nämlich gar kein Geld, der deutsche Steuerzahler darf es bezahlen, diesen ganzen Schmutz. Und der Herr Mayer, gerade die gestellte Frage war sehr interessant und aufschlussreich, also ich persönlich lehne zwar den Begriff Rot-Grün versifft ab, weil ich mich gar nicht auf das Niveau von eines Sigmar Gabriel und so herabgegeben möchte. Aber der Inhalt der Frage war vollkommen richtig, das Volk möchte diese Regierung nicht mehr und ist es denn nicht so, dass diese staatsorchestrierten, mit Lügen aufgebauschten Devos, die wir jetzt gerade gesehen haben, einfach nur dazu da sind, die Stimmung wieder zu kippen, weil die Obrigkeit merkt, das Volk steht nicht mehr hinter ihr. Und da hat der Herr Mayer völlig recht und ich glaube, die Antworten waren auch sehr aussagekräftig. Ja, und wir sehen ja hier schon die stellvertretende Chefredakteurin vom Korrektiv, Annette Dovideit und ja, sie lügt und lügt auch über Finanzen und wir haben eine wunderbare Zusammenstellung, die wir jetzt erstmal zeigen. Falls Sie noch zuhören, Korrektiv ist nicht von der Regierung bezahlt, unsere Recherchen sind nicht von der Regierung bezahlt, sondern von Stiftungen und Dauerspendern. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat Korrektiv rund 2,5 Millionen Euro an Steuergeldern eingestrichen. Allein aus dem Bundeshaushalt erhielt das unabhängige Journalismusportal seitdem mehr als 1,2 Millionen Euro. Ein Bericht über ein geheimes Treffen von AfD-Politikern und bekannten Rechtsextremen hat die Diskussion über den Umgang mit der Partei neu entfacht. In Potsdam bekannte Rechtsextremisten getroffen haben mit einigen Mitgliedern der AfD, auch der CDU übrigens. Die Berichte über Deportationspläne, die auf einem Treffen mit AfD-Politikern besprochen worden sein sollen, haben Hunderttausende mobilisiert. Deportationspläne, Deportationspläne. Anlass für die Proteste sind Berichte über ein Treffen, bei dem es um die Deportation Nichtdeutscher gegangen sein soll. Deportationspläne. Deportationspläne. Deportation. Deportationspläne. Deportation. Deportationspläne. 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 Übelster Form, ja. Unser Thema heute im Umfragehoch trotz Massendemos. Was zieht Menschen zur AfD? Ich freue mich auf Annette Dovideit, stellvertretende Chefredakteurin von Korrektiv. Das Netzwerk, das die Meldung veröffentlicht hat, die die Dinge in Bewegung gebracht hat. Ich glaube, das war auch ein Problem, was manche Leute mit der Berichterstattung von Korrektiv hatten. Dass das ja dann gleich in die Richtung von, also in die Nähe von der Wannsee-Konferenz 1942, wo die massenhafte Tötung von Juden beschlossen wurde, gestellt wurde. Aber wir haben das nicht geschrieben, ne? Knapp acht Kilometer entfernt von dem Hotel steht das Haus der Wannsee-Konferenz, auf der die Nazis die systematische Vernichtung der Juden koordinierten. Wir haben auch nicht von Deportationen gesprochen oder so, das wurde dann von denen, die es interpretiert haben. Genau. 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 Genau, da wurde das dann gleich so aufgenommen von vielen Kommentatoren. Was Selner entwirft, erinnert an eine alte Idee. 1940 planten die Nationalsozialisten, vier Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Unklar ist, ob Selner die historische Parallele im Kopf hat. Wir haben auch nicht von Deportationen gesprochen. Ich möchte jetzt gerne mal ein Zitat vorlesen. Ja. Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden sie die Leute am Ende glauben. Man kann diese Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge. Und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates. Ja, so ist das. Das könnte doch heute von unserem Bundeskanzler kommen oder von unserem Bundespräsidenten. Aus der gesamten Riege könnte das im Grunde kommen, das ist richtig. Ah, weißt du, wer es gesagt hat? Na, ich ahne das. Josef Goebbels, Propagandaminister, neben Göring und Himmler, der wichtigste Mann von Adolf Hitler in der Nazidiktatur. Ja, hat nichts verloren an Bedeutung, ist heute noch genauso wie damals, ja. Und gerade zu dem Einspieler nochmal, das Redaktions- oder besser eben Lügen-Netzwerk-Korrektiv. Die versuchen ja wirklich, ich glaube, die haben jetzt gerade Angst vor der eigenen Courage, ja. Die rudern jetzt zurück, weil sie gemerkt haben, sie haben sich so weit aus dem Fenster gelehnt, unhaltbar. Und jetzt fliegt denen der ganze Laden eigentlich um die Ohren. Ich gehe sogar so weit, es wurde ja gesagt, man müsste jetzt aufgrund der ganzen Berichterstattung der Tatsachen den Umgang mit der AfD überdenken. Nein, man müsste den Umgang mit solchen NGOs, mit solchen Lügen-Netzwerken einmal überdenken. Und die Formulierung, sie wäre nicht vom Staat bezahlt, von der Regierung bezahlt, ist natürlich alles in dem Sinne jetzt Quatsch. Ich habe ja Erfahrung auch etwas sammeln können in einem Untersuchungsausschuss gegen Linksextremismus damals zu meiner Amtszeit als Vorsitzender. Und da weiß ich, Korrektiv ist einfach nur ein Puzzlestein von ganz vielen im linksextremen Netzwerk, das die ganze Bundesrepublik wirklich umspannt. Die nennen sich natürlich NGOs, eigentlich sind es GOs, das sind nämlich im weitesten Sinne Regierungsorganisationen, die hängen am Tropf der Regierung, am Tropf der Obrigkeit und belügen das Volk von vorne bis hin. Das sind eigentlich Propaganda-Instrumente, wie du es gerade auch richtig angeführt hast. Und das Korrektiv soll ja auch eng mit dem Haldenwagen, mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten. Ja, richtig. Da wurde doch eine Anfrage gestellt. Na klar, na klar. Das wurde ja so ein bisschen als These in den Raum gestellt. Mensch, da ist doch der Fall, das sind doch die Schlapphüte, sind doch da mit dabei. Und jetzt wollten sich die Linken wahrscheinlich davon freischaufeln, wollten das Gegenteil im Grunde beweisen. Und da haben doch zwei Abgeordnete der Linken, nämlich Martina Renner und André Hahn, eine Anfrage gestellt im Bundestag und wollten natürlich jetzt herausfinden, dass das nicht so wäre, dass die Schlapphüte nicht dabei sind. Und die Antwort ist ganz interessant. Da tauchen Formulierungen auf, dass der Erkenntnisstand zur Veranstaltung am 25. November 2023 in Potsdam aufgrund entgegenstehender, überwiegender Belange des Staatswohles nicht erfolgen kann. Also keine Antwort, keine klare Antwort darauf. Oder es wurde gesagt, dass im Grunde eine geheimhaltungsbedürftige Information es sei und deswegen nicht weiter geäußert werden darf. Oder es wird gesagt, dass ein, dass von gravierenden Nachteilen für die wirksame Aufgabenerfüllung der Sicherheitsbehörden auszugehen wäre, wenn man da frei antwortet. Das heißt, man hat sich rundherum gewunden. Wäre der VS nicht eingebunden, hätte es in der Antwort ein klares Nein gegeben. Das, was hier abgeliefert wurde, dieses Winden wirklich, ist im Grunde genommen ein klares Ja. Nicht mehr, auch nicht weniger. Der VS ist involviert und es zeigt einmal ganz klar eine abgekartete Sache. Die Obrigkeit unternimmt alles, um Konkurrenz auszuschalten. Und mehr geht es gar nicht. Und du hast auch noch ein bisschen recherchiert. Hier haben wir auch noch mal einzelne Finanzierungen aus der Bundeskasse vom Steuerzahler. Also Bundesregierung finanziert auch korrektiv. Hat es ja auch wieder gelogen. Gelogen an jedem Punkt, richtig. Und das hast du noch... Genau, also das fand ich besonders unverschämend. Das kursiert gerade im Netz herum. Wird von linken und linksextremen Seiten benutzt, um quasi die ganze Sache noch mehr zu dämonisieren und aufzupuschen. Und man darf wirklich mal lesen, hier unten, Direktorin Bildungsstätte Anne Frank. Hat das auch ungeprüft übernommen, die Lüge. Und es wird dieses Nie-Wieder natürlich gebracht. Das heißt, diese Konferenz dort wird wirklich eins zu eins als Neue-Wannsee-Konferenz dargestellt. Man missbraucht sogar den immer wieder groß thematisierten Holocaust, verwendet wirklich das dafür. Und das ist schon beschämend. Also das ist wirklich eine Verharmlosung der ganzen Geschichte auch in beschämender Art und Weise, dass man wirklich so weit geht, ungeprüft diesen Müll und diesem Mist nachzuplabbern. Und dann noch zum Holocaust-Gedenktag. Und zum Holocaust-Gedenktag das sogar noch zu missbrauchen. Das ist schon unverschämend und perwider. Ja, das stimmt. Und wir haben auch hier noch ein paar Zitate, die müssen wir jetzt nicht groß ausbreiten, dass es nur um illegale Migration geht, zu der auch der Kanzler Scholz sogar gesagt hat, jetzt müssen wir doch abschieben, auch Nancy Faeser sogar, die ja auch als linksextrem gilt, und Christian Lindner, also einige aus der Ampel, weil sie es auch nicht mehr bezahlen können. Also Steffi, man könnte ja sagen, auf der Konferenz wurde ja eigentlich nur überlegt, wie man das, was ja selbst Regierungspolitiker selbst gefordert haben, irgendwann mal rechtsstaatlich umsetzen könnte. Also besser geht es doch gar nicht. Ja. Es geht ja auch hauptsächlich um unseren österreichischen Kommentator, dessen Namen wir hier nicht nennen. Wir wollen hier auf YouTube noch einen weichen Überleben. Ja. Und der hat uns eine Stellungnahme geschickt. Wir haben ihm auch eine Edition gewidmet, die wir auch nicht einblenden können. Ja, leider ist es so mittlerweile. Ein brillanter Denker. Ja, wir kennen ihn ja persönlich, ein ganz, ganz kluger Kopf. Ja, und er hat diese ganze Lügenkampagne ganz brillant analysiert. Nur mal ein kleiner Auszug. Das Superwahljahr 2024 verheißt große AfD-Wahlerfolge. Nur mit miesen Tricks und Verboten wäre der Aufstieg der Blauen noch zu stoppen. Ja, dann wird auch dargelegt, wie auch von dem Staatsrechtler, von dem CDU-Mann sogar, Fosker Rau, der auch eben im Film zu sehen war, dass das Ganze bis in die letzte Bohr durchgeplant und inszeniert war. Warum? Der Fokus auf die Remigration. Ein Superwahljahr dominiert vom Migrationsthema. Das ist ein aufgelegter Elfmeter für die Idee der Remigration. Ja. Und dass eben nur die patriotische Opposition Lösungen hat, was ja auch immer mehr Menschen klar wird. Richtig, ja. Und dass eben dieser Schlag von Potsdam, diese ganzen Lügen, ein Doppelwumms waren, der einmal die AfD vernichten sollte und natürlich auch die Remigration als Idee. Aber es hat nicht funktioniert, so eine massive Lügenkampagne, die funktioniert ja auch nur kurzfristig. Hat natürlich erstmal auch Menschen auf die Straße gebracht, aber es hat auch doch viele dazu gebracht, sich mit unserem österreichischen Kommentator, ich muss wirklich aufpassen, dass ich den Namen nicht sage, genauer zu befassen. Und er ist auf der Bestsellerliste hochgerückt. Gestern Abend noch auf Platz 175, heute schon Amazon Bestsellerrank Nummer 21. Und es geht noch weiter nach oben. Ja, also viele setzen sich jetzt mit ihm auseinander. Aber, Steffi, ist doch wirklich kurios, dass der deutsche Verfassungsschutz zusammen mit einem linksextremen Lügennetzwerk dafür gesorgt hat. Jetzt wollten Sie gar nicht, dass der Begriff Remigration in aller Munde ist, neu diskutiert wird. Und auch die Notwendigkeit dazu, logischerweise auch mal neu diskutiert wird. Und dass die ganze Sache wirklich, also dieser Schund, der hier im Grunde abgezogen wurde, dermaßen nach hinten losging. Ich glaube, besser konnte es gar nicht sein. Und auch unser wohlbekannter österreichischer Autor würde sich jetzt sagen, Mensch, warum machen die für mich das Marketing eigentlich? Und haben das Ganze nochmal richtig gepusht. Ist ja auch als Begriff Unwort des Jahres sofort geworden. Vermigration, Remigration, ja, also ich glaube, besser ging es doch gar nicht. Der Schuss ging nach hinten los. Der ging nach hinten los. Und was mich auch freut, dass es viele dazu gebracht hat, sich wirklich mal mit ihm auseinanderzusetzen. Auch wirklich mal zu lesen, was schreibt er eigentlich. Und auch mal in das Wahlprogramm der AfD reinzuschauen. Richtig, auch da programmatisch mal zu informieren. Weil man fragt ja, ist das denn so, ist das nicht so? Und ja, du hast vollkommen recht, es ist natürlich so, es waren erst mal hunderttausende Menschen auch verunsichert. Ja, gerade auch mit Migrationshintergrund, die seit Jahrzehnten hier leben, die Teil des deutschen Volkes sind. Auf das gehört haben wir es erst mal in den Systemen, Medien, die es eben doch gibt, in Tagesschau und Co. überall gebracht wurde, aufgeschreckt waren und jetzt sich auch mal damit beschäftigt haben. Und ich glaube, die können sich aber ganz entspannt und ruhig zurücklehnen. Es war im Grunde nur eine Ansammlung von Fake News, die hier verbreitet wurden. Und ich finde es auch so perfide, ja, also korrektiv, dieser Begriff, ja, der suggeriert den Menschen, ja, hier soll etwas korrigiert werden. Hier sollen falsche Nachrichten beseitigt werden. Es soll die Wahrheit ans Licht gebracht werden. Und gerade die, die das von sich behaupten, sind nichts weiter als selbst ein riesengroßer Lug und Ruckverein. Und ich frage mich immer wieder, wie sich wirklich Menschen davon noch beeinflussen können, wie verblendet oder, tut mir leid, verblödet man sein muss, diesen medialen Dreck auch noch zu fressen. Ja, Psychologie der Massen, Gustav Lebon. Und das scheint der Josef Goebbels, einer der besten Männer Adolf Hitlers, auch gelesen zu haben. Und wir haben, was jetzt die Propaganda angeht, eine ähnliche Situation, vielleicht sogar die gleiche. So ist es leider. Ja, und zu unseren großen, großen bundesweiten Bauernprotesten schreibt das Korrektiv, die sogenannte Unterwanderung, die Rechte- und Verschwörungsideologen, die Bauernproteste für sich nutzen. Ja, es ist ein Volksaufstand. Richtig, genau, genau. Am Volksaufstand, und natürlich sind dort Rechte dabei. Ich gehe so weit zu sagen, jeder Bauer, der es ehrlich meint, ist ein Rechter. Der ist nämlich heimatverbunden, der möchte sein Land, seine Familie schützen. Und mich hat vor allem eines gewundert, dass bei diesen staatsorchestrierten Demos, die wir gerade gesehen haben, wo ja die Antifa voranmarschiert ist, mit Tötungsformulierungen sogar, haben wir ja alle lesen dürfen, dass da niemand kam, da kam kein Korrektiv um die Ecke und hat gesagt, diese Demos sind von Linksextremen unterwandert, übrigens offensichtlich, da haben wir gar kein Hehl draus gemacht und müssten daher beendet werden. Das kam natürlich nicht. Ja, ja, das stimmt. Ei, 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 also verzeih mir den Ausdruck, seht mir bitte das nach, aber es sind Arschgeigen. Vollkommen richtig. Ja, und diese Lügenkampagnen kommen jetzt ans Licht und bitte teilt das Video, verbreitet diese Nachrichten, damit auch unsere Mitbürger mit Migrationshintergrund nicht mehr so in Angst sind, nicht mehr verunsichert sind. Brauchen sie gar nicht haben, richtig. Und auch andere nicht mehr hinter die Fichten geführt werden. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Vielen Dank.